Die Zeit-Praktik ist ähnlich wie gestern. Wir sehen, wie wir mit mir und Jochen die ersten fünf Körnern durchführen. Ich denke, ich habe die Speed. Das ist meine Strategie, der 2. Platz. Der 2. Platz in Zolder ist eine bessere Position für den Start. Es ist eine clean line und man kann etwas später brechen. Wenn du einen guten Start hast, bist du in der Front. Das ist meine Strategie. Es funktioniert perfekt. Aber René in der letzten Liste ist vor mir, aber er hat einen Penalty Marker, also er ist in der 3. Position. Von diesem Seite funktioniert es. Ich bin froh, wir sehen uns den Rennen. Ich bin froh, ich bin froh.